Pierre-Emerick Aubameyangs Vater Pierre-François Aubameyang wurde zum neuen Nationaltrainer seines Heimatlandes Gabun ernannt. Der 53-Jährige übernahm das Amt des beurlaubten Spaniers José Antonio Camacho, als dessen Co-Trainer er bisher fungierte. Camacho feierte mit Gabuns Nationalteam seit Ende 2016 nur zwei Siege. Aktuell liegt das Team in der Qualifikation zum Afrika Cup 2019 auf dem dritten Platz der Gruppe C hinter Mali und Burundi. Das nächste Spiel steigt Mitte Oktober gegen den Südsudan. Aubameyang war wie sein Sohn Pierre-Emerick, der aktuell beim FC Arsenal spielt, einst selbst Profi und absolvierte 74 Länderspiele für sein Heimatland. Er spielte unter anderem in Frankreich und Italien. Parallel zu seinem Trainerjob ist er auch als Scout und Berater aktiv. Punkt. Mehr bei Spox, alle L-Highlights im Video, Aubas Doppelpack, Sevias Traumboden und kuriose Jubel, Chelsea im London Derby, Liverpool weiter war ohne Punkt Verlust. Merte, auch als der ZN-Experte-Team. Musik Musik